Der Wald wächst auch ohne menschliche Hilfe. Damit er so wächst, dass wir die Bäume nachhaltig nutzen können, greifen Förster steuernd ein. Ihr wichtigstes Arbeitsmittel ist aber nicht die Kettensäge. Licht ist eigentlich unser wichtigstes Arbeitsmittel. Es ist immer so, dass wir durch Lichtgabe das Wachstum von Beständen, von Waldbeständen, sehr stark beeinflussen können. Damit nutzt Förster Bertmann das wichtigste Grundprinzip, das schon vor Jahrtausenden in den Urwäldern das Wachstum steuerte. Nur wo ein alter umgestürzter Baum ein Loch in das Kronendach gerissen hat, gelangen die Sonnenstrahlen bis an den Waldboden. Und nur wo Licht nach unten gelangt, kann ein neuer Baum die Lücke schließen. Natürliche Urwälder gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht mehr, aber etwas ähnliches. Die Naturwaldzellen. Hier wird kein Baum gefällt, hier wird alles dem freien Spiel der natürlichen Entwicklung überlassen. Der Mensch hält sich raus und beschränkt sich auf das Beobachten und Studieren. Das Ziel? Das Lebensprinzip des natürlichen Urwalds für den Wirtschaftswald nutzbar zu machen. Im Urwald fallen Bäume um, schaffen neuen Platz, schaffen Licht an den Boden und neuer Wald wächst von unten hoch. Und ähnliches machen wir bei der Durchforstung. Bäume werden angezeichnet, rausgehauen, der Mensch nutzt sie. Und dadurch wird Platz geschaffen für neuen Wald, der dann von unten wächst. Zwischen Urwald und Wirtschaftswald gibt es einen entscheidenden Unterschied. Im Wirtschaftswald wollen wir Holz auch nutzen. Darum überlässt der Förster es nicht dem Zufall, welche Buchen umfallen, um Platz für neues Leben zu machen. Mit roten Strichen markiert er einen Baum, den er fällen will. Mit 80 Jahren hat er noch nicht die optimale Schlagreife, aber er muss Platz machen, damit ein anderer Baum, den er gelb markiert, optimale Wachstumsbedingungen bekommt. Und das ist der Z-Stamm. Z wie Zukunft. Wir konzentrieren uns in unserer Arbeit auf die Z-Stämme, die Zukunftsstämme. Und die werden das ganze lange Leben eines Baumes hindurch gefördert, damit sie im hohen Alter dann auch Dimension und Qualität haben, die wir uns wünschen. Ein gesunder Mischwald mit jungen und alten Bäumen, das ist das Ziel der modernen Forstwirtschaft. Aber einen reinen Nadelwald in einen Mischwald umzubauen, ist langwierig. Am Anfang steht Handarbeit mit der Wiedehopfhacke, einem uralten Waldarbeiterwerkzeug. Die Waldarbeiter pflanzen junge Buchen. Sie brauchen in den nächsten Jahren vor allem das passende Licht für ein optimales Wachstum. Zu viel Licht schadet. Der totale Schatten eines dichten Fichtenwaldes funktioniert aber auch nicht. Der Förster muss durch gezielte Fällungen das richtige Licht schaffen und braucht dann vor allem Geduld. Vor 20 Jahren wurden diese Buchen zwischen die Fichten gepflanzt. Weitere 20 Jahre wird es dauern, bis sich ein Mischwald entwickelt. Wir lassen wachsen, schauen zu und regulieren dann das Wachstum und durch die Nutzung wird dann ein Bestand älter, besser und damit auch zum guten Schluss wirtschaftlicher. Wirtschaftlicher ist diese Form der nachhaltigen Forstwirtschaft, weil solche Wälder robuster sind gegen Krankheiten, Schädlingsbefall und Sturm. Und gesunde Bäume sind die wichtigste Grundlage für eine auch ökonomisch erfolgreiche Forstwirtschaft. Wirtschaftlicher ist diese Form der nachhaltigen Forstwirtschaft.